Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohl fühlen, melden Sie sich für einen Kanal am, und 5000 Abonnements zu erhalten. Das sonnige Pfingstwochenende hat sich am Montagabend mit heftigen Gewittern im Großraum München verabschiedet. Das sonnige Pfingstwochenende hat sich am Montagabend mit heftigen Gewittern und starken Windböen im Großraum München verabschiedet. Im gesamten Stadtgebiet war die Feuerwehr nahezu 200 Mal im Einsatz. Im Münchner Westen gingen Golfballgroße Hagelkörner nieder. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sprach von zahlreichen Einsätzen wegen kaputter Fenster und Autoscheiben. Außerdem seien zahlreiche Bäume entwurzelt worden. Die Lage sei unübersichtlich. Der Deutsche Wetterdienst hatte amtlich vor schweren Gewittern mit Starkregen, Hagel und starkem Wind gewagend. Aufgrund von witterungsbedingten Störungen kam es auf der Stammstrecke und im S-Bahn-Gesamtnetz zu Beeinträchtigungen, vorzeitigen Zugwänden und Zugausfällen. Und auswählen.